Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute im Hunsrück unterwegs und zwar gehen wir da die Traumschleife Maastascher Burg Herrenweg. Dort machen wir noch eine extra Schleife zur Geierlei Brücke und wenn ihr wissen wollt, wie die etwa 17 bis 18 Kilometer so sind, dann kommt mit. Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Hier sind wir aber auch wieder. Ja, 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 ja. Die pure Mühle am Master Jabach bzw. was von ihr übrig blieb. Dies ist die Burgruine Waldo-Uns-Ecke. Gehen und Schleuhe. Hier ist die Schleuhe. Wir haben die Schleuhe. Die Schleuhe des Schleuhe. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.